Heute fliegen wir von Bonhangela nach Split. Weil sehr schlechtes Wetter ist, machen wir ein Special VfR in die Kontrollzone Köln-Bonn rein. Das ist Broken 700, 600 Fuß muss die Wolkenuntergrenze mindestens sein. Dort machen wir dann ein Low Approach, IFA Pickup und dann geht es im Westen von Deutschland. Die Gewitter umfliegen, die Mitte und im Osten von Deutschland stehen über die Alpen, Venedig nach Split. Let's start! Der Speed is alive, helft es. NW1F40M verlässt in die Platzrennen, wir runde in die nördliche Richtung. Tschüss! Köln-Bonn-Tower, Good Day, NW1340M. QNH1021, Squawk6422, NW1340M. FW321, G533, G533, NW1340M. FW321, NW1340M. FW321, G533, NW1340M. FW321, G533, 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 G533. Ja, dann müssen wir mal den Flughafen finden. So, dann müssen wir mal den Flughafen finden. Dann sind wir nicht die Einzigen. Der ist nämlich hier, der ist gerade über der Runway. Da habe ich schon... Wahnsinn die Sicht. Dann sind wir nicht die Sicht. FN1340M, Wind 340A, 6H, ranwit 324A, cleared for low approach. FN1340M, Wind 340A, 6H, ranwit 324A, cleared for low approach. FN1340M, Juelle Effekt, angel radar. Gooday, N1340M, Coining, 1, Charlie, departure... 2300 ft 4 5000, N1340M. rang. Nr. 1340, Mklo, N5, climb level 140, when passing 4000 ft direkt, Bombi. Selbst bei den Untergrenzen geht es 640 km, mit dem Low Approach klar war die Sicht schlecht, klar hat sich sehr tief angefühlt, aber war auch alles in den Limits, also 6700, ja. Und hier haben wir jetzt auch kein Problem mit dem Eis, weil es geschichtete Wolken sind, und wir haben eine Außentemperatur von 20 Grad, das heißt in den Wolken ist es alles Eis, also kein Problem. Dann checken wir mal, Ubeno müssten wir verbraucht haben 20 Galoren. Wir haben 22, wir haben verbraucht 22 Galoren, also 2,7 mehr, wahrscheinlich wegen dem Low Approach und dem 360 in Köln, das müssen wir dann beobachten, ob es so bleibt. genau wie in Golze, wir sind raus aus der Suppe. Aus der rechten Seite sieht man noch, da steht etwas, auch wie in Golze. und jetzt, da gehe ich mal von aus, bleiben wir Blue Sky. Radar, Good Day, November 1340 Mike, Flight Level 230 inbound, Victor India, Charlie. November 1340 Mike, hello, identified. Wir haben 38 Knoten Brückenwind mittlerweile, in einer Task von 197, 90. Ja, oder? Ground Speed 230. Wir haben straight and level 230 Knoten, Ground Speed. Not bad. Anständig. Wie vermutet, Peter? Die Alpen kommt zum Vorschein. Clear to the airspace, Charlie, climb to flight level 160. Clear to the airspace, Charlie, climb to flight level 160. Das war pünktlich auf der italienischen Seite. Die Alpen haben wir hinter uns gelassen. Gleich geht's aufs Meer raus, wenn wir über Venedig sind, und dann auf direktem Kurs nach Pula. Location 2020 Dadcode205-D computers progressing. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020